Sie kommen bei einer Folge Pocket Edition 0.13.0 so deutlich wird die es auch nicht wissen aber egal ich denke ich bin jetzt ich will jetzt erreichen ich bin schon hier drin hier ist ich hab das schon längst hier gebaut bei Survival ich habe auch wirklich alles Survival gespielt ich habe aber leider nur die Bobs ausgemacht weil ich die Hülle gefunden habe und ich habe keinen Bock dagegen zu kämpfen ja und Feuerstein habe ich auch gefunden und könnte Feuertipp machen das war hier in diesem Wasserpitze ich habe ein Haus gebaut aufgetaucht bin ich da ganz hinten in der Nähe da waren so viele Pilzköhe wusste ich gar nicht und da habe ich richtig viel Leder bekommen hab ich dann gekämpft gekämpft schon Leder gemacht dann habe ich einfach nur Holz gehabt hier Holz gebaut habe ich ein Haus geholt und dann hab ich auch mal solche Türen gekriegt ich hätte auch hier Eisentür ne aber ich kann die nicht öffnen warte mal wo ist das das nicht öffnen das kommt mir auf den Sack Klorisch dabei hat zum Klorisch war noch mehr kommt oder die Aufbitte ja wie sieht geht das nicht und dafür macht man wieder die Spitze kommt abzubauen und das ist hier dritter und da ist es wie sieht habe ich auch Diamantenschwert zwei große Fehler wenn ihr mal das wisst wie man das machen kann schreibt bitte in die Kommentare zum ähm gehört jetzt die zwei diese scheiß ne einmal habe ich auch schon schon Glück Korpers habe ich auch gebaut ich hatte lange Weile aber wollte es unbedingt machen darf ich das Dankeschön ich habe jetzt eine goldene Rüstung genommen ganz einfach ganz rolle goldene äh Silber der Rüstung kann man ja da rein tun ach bin ich doof die goldene Rüstung muss da rein nur für Ersatz ist die goldene Rüstung wer bin ich hier ähm das was wir können ja hier noch Diamanten rein tun da Axe blieb da bin ich zack ja äh mir fehlt noch Bücher und ich ich hab ich hab noch Pech und finde kein Dorf äh äh ja da hängel was hab ich denn schon alles boah wir wollen hier aber Ausrüstung aha schulen da muss ich noch Schuhe und Helm und schon hab ich meine Rüstung zack zehn Silber habe ich noch eiselsilber eisenbeitig ja und sieh dir kann hierbleiben boah dieser verfickte Lex ne das ist was das hat's noch gar nicht liegt das an die Obdates oder was die Blöcke können wir ruhig mehr mitnehmen geht jetzt nach oben manchmal könnte man austicken ne hier hoch das hab ich auch noch gebaut und das ist so hier für sterben weißt du so so da war hier auch ich verwandelt hier habe ich Pech hier habe ich doch nicht aber wie doch hab ich was bin ich denn für einer ja was wollte ich machen wir wollen ein dorf suchen wo nicht so weit entfernt ist von dir kann sein wir haben keinen dorf und das wäre traurig und wenn das mal das leck aufhören würde die verfickte lecks weißt du wenn ich in den himmel gucke dann legt das nicht so viel und schon blick 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 über den schwert ich hoffe stört euch nicht so sehr das stört mich sehr also wenn das mich schon stört dann stört es euch natürlich auch was kann man mache ich auch einmal neu installiert wirst du bezahl das spiel und schon und legt dafür hat er dort drei also ein handy dort 3d heißt das ich habe ich verlaufen sich sehr scheiße alter ich kann man doch irgendwas guter macht bei grafik drei geben wir wo ich ganz bestimmt weg schöner hebe alle mit das wasser so ja okay aber so können wir die sonne nicht sehen leute aber ich frage mich was kann man aus zuckerröhre machen zucker cake ich bin auf deutsch was sag ich für leider super er ist so schwarzsinnig er kann man dazu glatt anlassen das ist das schüttel 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 und was will der eine verpflichtung und zu n da gibt es das gibt es das gibt es wir auf dem sagt es gibt es auf dem sagt wir plötzlich die Eichel dafür und ich sag immer durch Eichel, weil ich Eichel habe Spaß ja, wie viel Pech wir haben wie kann man Bücher machen, das ist die Frage die Höhle der Vergrabe Leute, das ist jetzt fies ich muss das hier runter machen, Schwierigkeitsgrad ich will ja nicht überrascht werden das war jetzt alles und so zu gut oh, hier ist Ende zum Glück habe ich jetzt nicht super super aber genug hier nicht und das ein Zuford ja, äh bitte er wird wisst ihr was ich machen will ja, das war gut äh alter, ich werd geprägt oder was zack, ja, wie Lava und jetzt haben wir Licht jetzt hatten wir das mal ab ja, wie wir, was gibt's schönes zu was gibt's nicht schönes zum abpacken das war Spaß das war Spaß das war das war über Kohle weil Prof. Fakke das reiche war weil ich muss jetzt als Holzbauer ich immer der Pechvogel Julio aber das tun die ich will hier ja da hast du recht ich weiß die Lederrüstung in dem Bild die war weg für viele Holz das hier noch abhacke und mehr nicht und da geht es runter die nächste Folge geht spannend weiter wir sehen uns in der nächsten Folge ciao 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 Vielen Dank.